Hei! Joke, tu Luisa? Und Joke, Sexto näher? Auch vom Hüber Verlag habe ich einen kleinen Schwedisch Kurs bekommen. Der bestand aus einem Buch mit knapp 230 Seiten und 3 CDs. Zusätzlich dazu hatte ich sogar noch ein kleines mit Schwedisch unterwegs bekommen. So eine Art Turinothilfe, wenn gar nichts mehr geht im Urlaub. Da sind wirklich noch mal viele Informationen drin. Und bei beiden hat mir richtig gut gefallen, dass da auch ganz viele Bilder und andere Impressionen drin waren. Kurze informative Texte. Ja, das Buch besteht aus 10 relativ langen Lektionen, wo viele kleine Dialoge verteilt über eine Lektion sind und viele sprachliche Übungen auch, wo man halt nachsprechen soll. Das ist eigentlich ganz gut, weil man dann mal wirklich die Möglichkeit hat, auch verschiedene Übungen zu machen. Leider sind die manchmal ein bisschen eintönig ausgefallen. Und ich persönlich bin nicht so der große Fan davon, erst ganz viele Übungen und Dialoge zu haben und die Grammatik geballt zusammen mit den Vokabeln am Ende zu haben. Aber das ist wirklich Geschmackssache. Aber die Bilder haben das Ganze wirklich noch mal aufgewertet. Das ist auch noch eigentlich ein ziemlich handliches Format. Und ich möchte mich an dieser Stelle herzlichst bei dem Hüber Verlag bedanken. Dieser Schwedischkurs kriegt von mir einen silbernen Bücherengel, weil er einem auch viel über Schweden selbst beibringen konnte. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und Hej då! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Tschüss!